Jetzt wird noch tätowiert und gleich das Video gedreht, Freunde. Ja, normal. Und aufgeschürftet. Wo? Ey, wo? Ist das Video witzig scheiße? Nein, nicht ganz viel. Jetzt wird noch viel zu hoch, 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 viel zu hoch. Und dann würde ich nämlich zwei Externhüste von hinten kommen lassen. Das ist der wichtigste, aber das ist der Grundsatz. Mach ein bisschen lach aus, Digga! Und da war ich so. Der Dusfläscher ist per Bluetooth mit meinem Penis verbunden. Lol. Ey, heute Todesmotiviert. Also wir haben jetzt schon einiges besprochen, eigentlich, oder? Ja, die Sau, wollen wir rauchen? Ja, schon. Ich krieg auch. Ich krieg noch hoch. Aber das ist mit dir hoch, oder was? Ja, das war hoch, oder? Ey, ich hab ein Bierchen. Ja, joh. Ja, genau. Ja, genau. Du, 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 du. Ja, genau. Ja, genau. Vielen Dank.